Guten Morgen ihr Lieben, wir sind gerade auf dem Weg zum Flughafen, denn für uns geht es heute nach Wien. Wir haben es geschafft, wir sind im Flieger nach Wien. Wir haben heute etwas ganz besonderes für heute Abend, das werdet ihr dann später sehen. Wenn ihr in Wien seid, checkt auf jeden Fall Cut Up, den City Airport Train. Mit dem gelangt ihr innerhalb von 16 Minuten in die Innenstadt und könnt auch hier für die einzelnen Tage sogar noch ein Wiener Lien Systeme zubuchen für 24, 48 und 72 Stunden jeweils. Achtet aber darauf, dass ihr das Ticket auf jeden Fall auch entwertet vorher, ansonsten können dafür 200 Euro sogar fällig werden. Das Geile ist auch hier bei dem Cut, ihr könnt euer Gepäck schon bereits im Zentrum von Wien einchecken und müsst dann nur noch mit der Bordkarte und eurem Handgepäck sozusagen direkt zum Flughafen fahren, ohne das Gepäck noch einchecken zu müssen. Wir haben jetzt eingecheckt, machen jetzt eine fünfminütige Pause, bevor wir weiter losziehen. Wir waren jetzt eben noch schnell was essen. Es war sehr, sehr lecker. Es hieß Peter Pan, so ein Burgerladen. Richtig, richtig lecker. Wenn ihr mal hier seid, auf jeden Fall dorthin gehen. Ganz viele vegetarische und vegane Gerichte. Wir machen uns jetzt fertig. Und wer uns übrigens auf Instagram folgt, der weiß schon sogar, wo wir hingehen. Wir konnten die Kamera leider gestern Abend nicht mitnehmen. Wer uns auf Instagram folgt, der weiß auch ganz genau, warum. Und zwar waren wir gestern Abend auf dem Ed Sheeran Konzert im Ernst Happel Stadion. Das hat der Lars mir und meinen Eltern letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Wir konnten leider nur mit dem Handy filmen, haben aber auch nicht so viel aufgenommen, weil wir einfach die Zeit genießen wollten. Aber jetzt folgen ein paar Eindrücke von gestern Abend. Wir problematischen Freunden realizar. Ne Wir sind schon wieder auf dem Weg Richtung Wiener Innenstadt. Wir werden heute so eine Sightseeing-Tour mit so einem Hop-On-Hop-Off-Bus machen. Wir sind gerade am Stephansdom in Wien. Wir waren gerade ein Eisessen. Wir haben auch die typische Sightseeing-Tour gemacht mit dem Bus. Empfehlen wir euch immer auf jeden Fall, die zu machen, um einfach schon mal einen generellen Überblick zu bekommen über die Stadt. Wir werden jetzt nochmal zum Schloss Belvedere fahren. Wir waren gerade noch ein Eisessen. Checkt auf jeden Fall mal das Zanini. Zanoni und Zanoni ab, genau. Mega leckeres Eis auf jeden Fall direkt am Stephansdom. Wusstet ihr eigentlich, dass Wien mit das reinste Leitungswasser hat, wirklich weltweit? Es ist im Prinzip Quellwasser vom Berg. Also Wien ist auch als Stadt sozusagen komplett von, ja, das Wiener Bergland, hatte die Gemeinde. Wiener Bergland umgeben. Und dementsprechend wird das ganze Wasser komplett von der Quelle aus, direkt ohne Pumpen, ja, in die einzelnen Häuser und Haushalte Wiens gepumpt. Und hat hier auch in der Innenstadt in Wien rundum immer Möglichkeiten, kostenloses Wasser zu trinken und auch zu zapfen. Kurzes Fazit zur Hofreitschule. Also, wir waren nicht drinnen. Ich persönlich heiße das auch nicht für besonders gut. Halte nicht so viel von so einer Art Pferdehaltung. Architektur, top. Richtig, richtig schön. Aber Hofreitschule haben wir nicht besucht. Boah, das Wasser ist echt mega geil, direkt aus der Leitung. Sieh mal, da weiter gibt es das nächste wieder zu trinken. Echt cool. Achso, wenn ihr nicht wisst, wo es lang geht, dann müsst ihr einfach den Mann der Fahne fahren. Wir können nur ungefähr erahnen, wie warm es wird, was wir jetzt haben. Die stehen hier an einer Niederschwange. Wir wollen einfach nur was zu trinken haben. Da hinten ist vorhin die Karin gestürzt. Mir ist so heiß. Ich probiere, du musst auf den Holz. Ich friere. Karin, sag mal, hast du dich eigentlich heute verletzt, oder was? Zeig mal. Und am Knie auch. Ja, was ist eigentlich passiert, Karin? Klaus hat mich nicht losgelassen. Und dann kam das Wasser. Und dann kam das Wasser. Und dann kam das Wasser ganz doll. Und dann habe ich gedacht, ich ertrink und ich sterbe. Und dann musste ich weglaufen. Und dann bin ich gestolpert und bin gefallen. Und dann im Fallen habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich auf mein Knie falle, auf mein Böses, auf mein Operiertes, dann ist das kaputt. Warm, weißt du? Naja, in New York ist es auch nicht wirklich warm. Vielleicht doch mal ein Saar. Nee, vielleicht fliegen wir wirklich nach Florida oder so. So eine Woche vor Weihnachten, das ist bestimmt auch schön, oder? Okay, nochmal zurückzukommen. Was machen wir jetzt, Klaus? Wo würdet ihr denn eine Woche vor Weihnachten hinfliegen? Gebt uns mal Tipps. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Wir machen jetzt nochmal eine zweite Tour mit der blauen Gegnerisch Wien. Übrigens ist das Wohnen in Wien viel günstiger als in Frankfurt. Grund dafür ist nämlich, dass der Stadt selbst, also Wien, über 220 Wohnungen selbst gehören, in denen über knapp 500.000 Bewohner auch unterkommen können. Wir hatten vorhin auch Wohnungen gesehen, zufälligerweise an der Straße, wo wir vorbeigelaufen sind. Und teilweise für 60, 70 Quadratmeter irgendwie, 600, 700 Euro Warnmiete, also inklusive Nebenkosten, schon deutlich günstiger als beispielsweise auch in Frankfurt, was man dann so zahlt auch. Man hat natürlich 220.000 Wohnungen und nicht nur 200. Wir sind gerade am Schloss Belvedere. Müsst ihr euch in jedem Fall auch mal anschauen. Ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen was anderes als das Schloss Schönbrunn. Wir waren gerade im Pool-Kautaler-Essen gewesen. Von der Bedingung her mega freundlich auf jeden Fall. Die war super schnell. Wir waren kaum, saßen wir am Platz, hatten wir direkt die Karten in der Hand gehabt. Das Essen war auch mega lecker. Ich wollte zwar unbedingt ein Wiener Schnitzel essen, also ein Original Wiener Schnitzel. Aber ihr müsst darauf achten, ein Original Wiener Schnitzel, da ist, was ist das nun mal, als Kalb oder Lamm? Kalb. Kalb, genau, Kalb. Hatten die aber nicht mehr gehabt, also ein Wiener Schnitzel, also Wiener Art. Wiener Schnitzel, Wiener Art, sozusagen mit Schweinefleisch. Und das Original Wiener Schnitzel ist mit Lamm. Können wir euch auf jeden Fall mega empfehlen. Und nachdem wir rausgegangen sind, hat der Keller uns sogar nochmal drauf hingewiesen. Die sind sogar tatsächlich von TripAdvisor 2018 auch echt top bewertet gewesen. Also von daher, ja. Checkt den Laden mal aus, wenn ihr in Wien seid. Wir gehen jetzt nochmal zum Berater und sehen uns dann später wieder. So ein bisschen wie ein Freizeitpark. Ich komme mir gerade vor, als würde ich ins Phantasialand reinlaufen. Dort ist auch Madame. Die werden erstmal Riesenrad fahren und uns dann nochmal alles in Ruhe genauer anschauen. Schauen wir mal Höhenangst. Ja, ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, dass du Höhenangst hast. Mit 100 Daumen nach oben fahren wir das Ding. Mit 100 Daumen nach oben. Dann musst du, dann musst du. Bei 100 Daumen musst du. Genessisch. Nö, die schaut aus wie Genessin. Bei mir ist jetzt so schlecht nach diesem Ding. Echt, ey, also. Und vor allem 6 Euro haben wir bezahlt, jetzt Eintritt pro Person. Also, wenn ihr herkommt, auf jeden Fall, nehmt ordentlich Geld mit. Kann ganz schön teuer werden. Wir gehen jetzt Richtung Hotel, weil der Lars ist ein bisschen. Ja. Lass uns nicht. Geht's echt nicht so gut. Wir sind gerade eben noch so eine Geißerbahn mit einer VR-Brille gefahren. War ganz cool. War mit Clowns. War leider ein bisschen unscharf. Ich habe mir jetzt 5 Euro dafür bezahlt. Das waren vielleicht 3 Minuten. Es war einfach mega teuer. Und ja, es war ganz cool. Lars fand's nicht so cool. Ich habe mich das eine oder andere mal ganz schön erschrocken. Aber wir gehen jetzt Richtung Hotel und dann ab ins Bett. Guten Morgen. Wir sind gestern echt sau spät ins Bett gekommen. Ich glaube, es war irgendwie halb zwei oder so. Mir war auch nach der Achterbahn gestern echt richtig schlecht gewesen, sodass wir nochmal McDonalds waren, weil ich musste einfach unbedingt was essen. Haben da diesen My Burger ausprobiert. Der war eigentlich ganz gut. Ja, wir werden jetzt zum Frühstücken gehen. Ich glaube, ich werde nochmal kalt duschen, dass ich ein bisschen wach werde auch. Und ja, heute steht nochmal das Schloss Schönbrunn auf dem Plan, aber da werdet ihr später dann dementsprechend dann auch nochmal mehr sehen. Wir sind gerade am Schloss Schönbrunn. Gehen jetzt noch auf eine Aussichtsplattform. Meine Eltern meinen, das wäre mega, mega schön. Bin ich mal gespannt. Auch hier oben habt ihr wieder Wasser, was ihr kostenlos zapfen könnt. It's fucking hot. Schaut, dass ihr auf jeden Fall immer Wasser mitnimmt. Dann seid ihr echt safe. So, wir verlassen das Schloss Schönbrunn jetzt wieder. Wir waren nicht drinnen gewesen. Ich weiß nicht, 15 Euro eigentlich, glaube ich. Wir empfehlen euch auf jeden Fall mal herzukommen, gerade wenn ihr schon in Wien seid. Machen wir uns auf den Weg nochmal zum Naschmarkt. Soll auch sehr interessant sein. Und zeigen wir uns dann nochmal gleich an die Bilder. Wir können mal ganz viele Sachen probieren. Wenn wir gleich nochmal abchecken. Genau, wenn ihr zum Schloss Schönbrunn kommen solltet, wir empfehlen euch auf jeden Fall möglichst früh zu kommen. Also wir sind gerade schon wieder auf dem Rückweg und es kommen uns gerade so viele Leute entgegen. Das können wir euch gar nicht vorstellen. Deswegen, wenn ihr hier seid und zum Schloss wollt, schaut, dass ihr auf jeden Fall möglichst früh herkommt. Passt auf, wenn ihr solche Gewürze kauft. Wir hatten in der Türkei auch Gewürze geholt. Wir haben super gerochen, aber überhaupt gar nicht geschmeckt. Das ist ganz geil. Ihr habt es gerade gesehen, wir können bei dem CUT, bei dem City Airport trainen, genau. Schon das Gepäck bereits hier am Bahnhof noch einchecken und müssen es nicht mal am Flughafen machen. Von daher ist es ganz cool. Echte Empfehlung, wenn ihr nach Wien reist. Und das Geile ist, ihr müsst die Koffer nicht schleppen zum Flughafen. Wir sind gerade eben wieder zu Hause angekommen, wollten euch einfach nochmal ein ganz kurzes Fazit zu Wien geben, was uns am besten gefallen hat. Mein persönliches Highlight war auf jeden Fall das Ed Sheeran-Konzert. Hat jetzt nicht unbedingt viel mit Wien zu tun, aber es war einfach mein persönliches Highlight. Es war einfach mega schön. Gut, kommen wir jetzt ganz so zur Verrückung, was wir euch eigentlich über Wien erzählen wollen. Was das Wichtigste zu Wien ist. Auf jeden Fall Schloss Schönbrunn. Was ich auf jeden Fall auch noch ganz cool fand, war der Stephansdom. Fand ich auch sehr beeindruckend, das Gebäude zu sehen, auch mal reinzugehen. Genau, was noch? Wir waren auf dem Brater gewesen gestern Abend, auf jeden Fall auch sehr cool. Auf jeden Fall abends hingehen, ganz einfach wegen den Lichtern und alles mögliche. Tagsüber auch ganz schön, aber ich denke abends viel cooler als tagsüber. Wir waren heute noch auf dem Naschmarkt gewesen, ist ganz nett drüber zu laufen, kann man auf jeden Fall auch mal machen. Dafür braucht ihr auf jeden Fall nicht so viel Zeit einplanen. Ganz kurz noch zu dem Cut, zu dem City Airport Train. Genau, und zwar haben wir herausgefunden, erst im Nachhinein, dass ihr das Gepäck zwar aufgeben könnt, aber das gilt nur auch bei bestimmten Fluglinien. Da könnt ihr einfach nochmal auf der Homepage gucken von Cut, da steht es nochmal genau drauf, welche Fluglinie auch und überhaupt. Wir sind jetzt mit Lufthansa geflogen, also wenn ihr mit Lufthansa fliegen solltet, ist es auf jeden Fall möglich. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, vergesst uns nicht zu abonnieren. Wir sind demnächst in den USA unterwegs. Würde uns freuen, wenn ihr mit dabei seid und bis zum nächsten Mal. Ciao!